Hallo liebe Wiener Stadtadler, ich möchte euch auf euch einen Weg fürs Skispringen ein bisschen was mitgeben oder ich versuche euch ein bisschen was mitzugeben, dass es einfach, wenn man jetzt kein Tiroler ist oder mehr aus dem Westen kommt, dass es aus dem Osten, dass es auf alle Fälle möglich ist, dass man da ein guter Skispringer wird. Das Wichtigste ist einfach, dass ihr da fest dranbleibt, dass ihr euch Ziele setzt und dort einfach richtig hart dran arbeitet und dann kann das ganz was Cooles werden.